So meine Damen und Herren, in diesem Video schauen wir uns das sehr spannende Halbfinal-Match zwischen Maluna und Roos von Zugzwang an. Roos, der Titelverteidiger. Maluna spielt seit vier Wochen Schach, aber sie hat in diesen vier Wochen wahnsinnig viel gelernt, wahnsinnig viel gestreamt, Matches gegen Zugzwang-Legende Matteo absolviert und wir werden sehen, ob sie dem erfahrenen Roos in diesem Halbfinale Paroli bieten könnte. Erste Partie. Maluna mit den weißen Steinen. Eröffnet mit Bauer nach E4. Und Roos, wie wir ihn kennen, aggressive, etwas zweischneidige Eröffnung. Bauer nach D5. Skynavis schlägt jetzt nicht zurück, sondern opfert gleich ein Bauer mit Bauer nach C6. Und Maluna, völlig zu Recht, lässt sich davon nicht beeindrucken, sondern schlägt diesen Bauer. Mit Schwarz solche Gumbeats sind natürlich noch mal riskanter als mit Weiß, weil Schwarz ja von Haus aus einen halben Zug im Rückstand ist. Das heißt, man kriegt meistens nicht so viel Attacke für den Kopf an Bauer. Aber es ist Roos' Style. Was soll ich ihm da jetzt sagen? Ja, hallo, ich wollte mal sagen, der Computer sagt hier, aber es weiß deutlich im Vorteil ist. So spielt er. Maluna spielt Spaner nach C3. Guter Zug, entwickelt den Springer und kann dann als nächstes hier daran arbeiten, die weiteren Figuren rauszubringen. Bauer nach E6. Gefällt mir nicht. Roos, wenn du hier schnell Bauer auffasst, dann besetzt wenigstens das Zentrum. Dann Bauer nach E5, Spaner nach F6, Läufer nach C5. Bauer nach E6 kämpft halt nicht so um die Zentrumsfelder, insbesondere dieses. Und danach hat Schwarz nicht viel vorzuzeigen für den fehlenden Bauern. Denn Weiß ist ja auch nicht im Entwicklungsrückstand, wie wir hier sehen können. Maluna Spiel, sei sauber. Läufer nach D6, Läufer nach C4 raus. Ich habe wahrscheinlich erstmal den Bauern vorgezogen, als in Kleinigkeiten, um dann noch zu überlegen, ob der Läufer hierhin gehen kann oder darin vielleicht. Weil auf C4 macht er nicht so viel, wird er geblockt von den Bauern hier. Aber trotzdem. Normaler Entwicklungszug, alles okay. Spaner H6, kurze Hochharde, Bauer nach H5. Das ist das typische Roos-Muster. Das kennen wir. Er möchte den Springer hier entstellen und dann darauf hoffen, dass er geschlagen wird. Das hatte ich in einem anderen Video schon mal erwähnt. Roos hat seine Angriffspatterns, die ihm wahrscheinlich im Blitzen treue Dienste geleistet haben. Objektiv ist es ein schlechter Zug. Ist eine schlechte Stellung auch, aber er sollte hier kurz hochieren. Aber deshalb hat er den Bauern ja nicht gekauft. Bau nach H5, Bau nach D4. Ganz normal, besetzt die Mitte, Spaner nach G4. Wie gesagt, auch nicht gut, aber das ist, das ist der Plan, den er liebt. Halt in der Hoffnung. Beispiel H3. Er spielt eng was. Er ist wertgeschlagen. Er schlägt zurück. Der Springer geht weg und Schwarz kann matt setzen. Am spektakulärsten hier. Mit Turm H1, König H1, Schach, König G1, Dame H2, Schach, matt. Aber da muss schon viel zusammenkommen und die meisten auch bald auf dem Niveau wittern spätestens hier, dass den Sprenger schlagen zumindest riskant sein könnte. Und wenn der Sprenger hier ignoriert wird, dann steht er halt nur rum und weiß kann sich um nützliche Sachen kümmern, wie er an der Engine-Bar sehen könnte. Steht weiß hier. Deutlich, deutlich besser. Mal Luna-Spiel laufen nach G5, kümmert sich nicht um den Springer, greift die Dame an, hat einen taktischen Nachteil, den Roos aber nicht sieht. Roos hätte hier diesen Bauern schlagen können. Hätte Herr Springer hier seinen Zweck gehabt, der wenn weiß zurückschlägt, könnte Schwarz sich jetzt bedienen. Der Springer würde den Läufer nicht mehr verteidigen und Schwarz wäre gut im Spiel. Weil es würde immer noch besser stehen hier nach König nach H1, aber das war eine kleine taktische Chance. An der Roos vorbeigeht. Er spielt auch in der E7 mit dem Läufertausch an. Bisschen passiv und dadurch steht er jetzt natürlich erstmal hinten drin. Mal Luna weicht den Läufertausch aus. Ich habe wahrscheinlich weggenommen, aber Läufer nach F4 auch völlig okay. Läufer nach D6. Roos bietet ihn wieder an. Und jetzt schlägt Mal Luna die allgemein. Also wir werden darauf noch häufiger zu Sprengen kommen. Aber dafür, dass sie seit vier Wochen Schach spielt. Unglaublich gut spielt. Und auch logisch. Also gar nicht hier auf irgendwelche Quick-Win-Geschichten, sondern einfach Figuren wickeln. Richtung Mitte. Achtet drauf, was los ist. Ist wirklich sehr beeindruckend. Spiel aus Bauern nach G3. Mit der Absicht, diesen Angriff von Dame und Springer auf den Bauern H2 zu entkräften. Wieder logischer Zoos. War noch nicht nötig, weil der Sprenger ist hier verteidigt. Kann so viel Turm nach E1 oder Spanner E4. Bei Bauern nach D5. Viele Möglichkeiten. Aber Bauern nach G3. Verderbt auch nichts an. Rousels Stelle hätte ich jetzt Bauern nach H4 versucht, um hier wenigstens paar, bisschen Spannung in die Stamm zu bringen. Ändert nichts am weißen Vorteil. Aber es hätte ein paar Tricks gegeben, wie Sprenger schlicht H4, Turm schlicht H4. Wenn der Bauer schlöge, dann wäre das Schachmatt. Aber natürlich nichts, was weiß nicht parieren kann. Spanner E4 zum Beispiel. Und weiß bleibt im Vorteil. Darum nach E7. Wieder ein bisschen passiv. Bauern nach D5. Gut gespielt. Will die Stellung öffnen. Sprenger zieht sich zurück. Turm nach E1. Wieder logisch. Mir gefällt auch, dass Maluna hier nicht übereilt, sondern erstmal alle Figuren ins Spiel bringt. Denn je mehr Angriffs-Power man da in der Mitte versammelt hat, desto schwerer ist es natürlich für Schwarz. Jetzt der Schwarze König auch keinen sicheren Zufluchtsort mehr. Also die Stellung ist hier schon sehr, sehr schlecht. Rousels Spielbau nach A6. Um das Feld zu überdecken, hatte vielleicht Angst hier vor. Diesem Springer. Ich hätte wahrscheinlich versucht, mit der Dame hier ein bisschen rumzunerven und Maluna zu zwingen, diesen Angriff zu parieren, was möglich gewesen wäre. Dame nach D4 zum Beispiel. Überdeckt den Läufer und durchbricht es. Oder für Fortgeschrittene Springer nach E4 für den Flex. Der Springer verteidigt. Und wenn hier geschlagen wird, kommt die Springergabel. Sprenger D6 Schach. Greift König und Dame an. Also, wer hätte die Schwarz-Probleme nicht gelöst, aber vielleicht ein, zwei Fragen gestellt. In der Partie kommt Borner H6. Damit D4. Wieder gut. Sprenger F6 zurück, um den Borne zu behalten. Sprenger E5. Ebenfalls völlig logisch. Sprenger in die Mitte. Ich habe wahrscheinlich erst noch den Tor im Spiel gebracht, aber das ist Geschmackserhalt. Nix gegen den Zug. Vor nach B5. Der Läufer geht weg. Nicht ganz sicher. Mein Reflex hier wäre, wahrscheinlich hier hinzugehen. Einfach, um den König noch ganz zu sichern. Er ein ganz bisschen geschwächt worden ist durch G3. Aber es ist auch nicht wirklich was gegen Läufer. B3 zu sagen. Hier hat Schwarz ja keinen Angriff. Also, es ist alles. Kritisieren auf hohem Niveau hier. Weiß steht nach vorne überlegen. Turm nach B8. Und jetzt lässt mal Luna sich hier ein bisschen hinreißen. Von dieser Springergabel. Spielt Springer nach C6. Ein Zug, der nicht den Vorteil vergibt. Aber der Schwarz ein bisschen das Leben erleichtert. Weil dieser Springer auf D8 ja sehr schlecht stand. Und den abzutauschen gegen den starken Mittelspringer, ist eigentlich nicht nötig. Also, der cleanste Zug wäre gewesen, den Turm ins Spiel zu bringen noch. Und dann vielleicht vorzubereiten, den D-Bauern weiter zu pushen. Und die schwarze Stirn wäre fürchterlich. Nachspann C6 war hier noch nicht zwingend notwendig. Aber weißt du noch ein Bauer mehr? Bessere Stellung. Schlägt, schlägt. Bauer nach A4. Jetzt gut gespielt von Roos. Versucht, am Königsflügel Gegenspiel zu kriegen, den Turm zu öffnen. Maluna spielt Dame nach F4. Attackiert den Turm. Auch vernünftiger Zug. Turm nach B6. Geht aus dem Weg. Und Dame nach G5. Geht hier auf Bauernjagd. Der ist ein bisschen ambitioniert. Der beste Zug wieder nicht so leicht, wäre Springer nach D5 gewesen. Taktik. Der Springer schlägt, der Läufer schlägt. Und jetzt verteidigt der Läufer diesen mächtigen Bauern. Und kann hier bei Bedarf auch noch den König verteidigen. Und er darf nicht weggenommen werden. Wegen der Fesselung. Dame nach G5. Jetzt hätte Roos die Chance nutzen sollen, hier den weißen König ein bisschen zu öffnen. Aber Roos liebt halt seine Patterns. Und das Pattern, was er liebt, ist immer diesen Bauern hier hinzustellen. Und dann darauf zu spielen, werden wir später noch sehen, mit der Dame hier Schachmatt zu setzen. Das ist eine effektive Strategie. Sehen wir im modernen Top-Schach auch häufig, dass der Bauer bis hier läuft. Aber es gibt halt Situationen, wo es wichtiger ist, dann doch die Haarlinie für diesen Turm zu öffnen. Ehrlich gesagt, viele Situationen. Und das hier war eine davon. Wenn er geschlagen hätte, wäre er wieder ganz gut im Spiel gewesen. Weil mal Luna hier mit Sprenner C6 und dann Dame nach G5 ein bisschen Luft reingelassen. Bauer nach H3 kam. Das ist zu langsam. Dame schlägt G7, schlägt den Bauern. Tor nach G8, greift die Dame an. Die weicht aus. Hat auch diesen Bauern im Blick. Wieder alles gut gespielt. Läufer nach B7. Das ist kein Einsteller. Roos wird gesehen haben, dass hier geschlagen werden kann und so geschieht es. Aber sein Plan war halt, jetzt mit der Dame hier Schachmatt zu drohen. Aber er hat die Rechnung ohne Malunas Dame gemacht, die diesen Bauern beseitigt. Und damit hat Weiß eine Figur mehr. Ich glaube auch zwei Bauern. Und ist sehr, sehr entscheidend Vorteil. Läufer B7 objektiv. Kein guter Zug, aber Schwarz stand eh mit dem Rücken zur Wand. Und Roos setzt halt hier. Auf diese Machtdrohung. Nach Damenschlicht H3 ist sie weg. Und es ist nicht mehr leicht. Dame nach F3. Aktiver Zug. Und jetzt lässt mal Luna hier ein bisschen Luft rein mit dem nächsten Zug. König nach F1. Wahrscheinlich hatte sie noch Angst vor dieser Konstruktion und den Zug vorher überlegt. Zum Beispiel hier, um mit dem König wegzulaufen. Wäre auch hier okay gewesen. Aber jetzt, wo der Bauer eh schon beseitigt ist, gibt es eigentlich keinerlei Grund mehr, mit dem König noch weglaufen zu wollen. Und hier war es viele bessere Züge, zum Beispiel Turmna E3, um die Dame hier gleich zu verdrängen. Oder auch den Damentausch anbieten. Weiß ja so viel Material mehr, dass der Damentausch ihr auch helfen würde. Also König auf F1. Bisschen, bisschen riskant. Und Roos, das ist ja seine Stärke. Wenn es eine Chance gibt zum Angreifen, nutzt er sie eigentlich was immer. Spielsprecher nach. G4 droht damit Schachmatt. Und hier eigentlich schon, oh, ob mal Luna das pariert und richtig pariert. Denn wenn sie zum Beispiel jetzt auch Turmna E2 spielt, den Bauern hier zu decken, dann ist Dame H1 trotzdem Schachmatt. Aber sie findet den besten Zug, spielt Dame nach G2, überdeckt damit den Bauern und verhindert auch, dass hier das Schach kommt und bleibt auf der Siegerstraße. Dame schlägt, König schlägt. Ich würde hier mit Schwarz nie die Damen tauschen, weil ich denken würde, dass danach nicht mehr viel Hoffnung gibt und würde irgendwie einen Zug für Dame nach F5 versuchen. Auch wenn das Objektiv wahrscheinlich noch schlechter ist. Aber dieses Endspiel mit Figur weniger, natürlich schon sehr, sehr kritisch. Hier ging jetzt auch gleich die Sprengergabel, die mal Luna, ich glaube ein paar Züge später auch anbringt in dieser Form. Sprenger D7 Schach. Hier nach König, nach G5, galt es, die letzten schwarzen Hoffnungen zu ersticken. Und am einfachsten wäre es gewesen, indem sie Bau nach H4 Schach spielt, sie gemerkt hätte, oh hier, Turm und Springer greifen diesen Bauern an, den ziehe ich erstmal weg. Hier hätte es sogar mit Schachgebot funktioniert. Der König geht weg und danach kann sie in aller Ruhe den Turm schlagen, hätte noch mehr Material. Oder auch Bau nach H3, um den Springer zu attackieren. Mal Luna spielt Sprenger schlicht B6. Das gibt Ruhe eine letzte Chance. Turm schlicht H2. Das funktioniert nicht. Er hat ja, oder was heißt funktioniert? Er sollte die Partie nicht retten. Er hat ja Turm und Springer nur noch und die werden das alleine nicht reißen. Aber es gibt Mal Luna, die er bisher überragend gespielt hat. Eine Chance einen Fehler zu machen und unter dem Druck der Uhr macht sie einen Fehler, der sehr, sehr hart bestraft wird. Normalerweise, wenn man einen Turm und Läufer und ein paar Bauern mehr hat, dann kann man sich einen nicht so guten Zug leisten. Sie spielt hier König nach F3. Ihr seht es am Balken. Erlaubt Ruhe damit, in einem Zug Schachmatt zu setzen. Hätte sie stattdessen König nach G1 gespielt, hätte Weiß nach wie vor vollkommen auf Gewinn gestanden. Denn Schwarz hat hier nicht genug Angreifer. Kann hier schlagen, weil dann aktiviert Weiß irgendwie die Figur und kann einen Turm nach T5, um hier reinzuschlagen zum Beispiel. Und Weiß gewinnt. Aber ist natürlich doppelt bitter für Mal Luna. Der Reflex hier, im Endspiel mit dem König wegzulaufen, ist ja normal und richtig. Aber dass in dieser Konstellation sie jetzt aus ziemlich heiterem Himmel ihr Schachmatt ist, ist schon selten. Perfektes Zusammenspiel der schwarzen Figuren. Der Springer nimmt den König dieses Feld, überdeckt den Turm. Der Bauer nimmt den König dieses Feld. Der König... Okay, den bräuchte es nicht mal für das Konstrukt. Aber ist auch mit am Start. Und auf einmal gewinnt Ruhe die erste Partie, nachdem er, man muss sagen, eigentlich die ganze Partie über ausgespielt wurde. Aber ist auch eine Stärke von ihm. Er greift immer weiter an, findet letzte Chancen. Und hier fällt mal Luna auf... Ja, es war ja nicht mal ein Trick, auf den letzten Fallstrick. Fallstrick rein. Und hätte sich eben dieses Problem ersparen können, hätte sie hier diesen Angriff gewittert und den Born einmal vorgezogen. Also bittere, bittere Niederlage in der ersten Partie für Maluna nach super starker Leistung. Man darf nicht vergessen, wie gesagt. Spielt seit vier Wochen Schach. Ruhe hat sehr viel Schacherfahrung. Und ja, das hätte anders ausgehen sollen normalerweise. Aber Punkt ist Punkt im Schach. Man muss bis zum Ende aufmerksam bleiben. Und ich dachte jetzt als Kommentator, uh, Ruhe ist jetzt mit dem weißen Stein psychologisch auch super schwer, nach so einem bitteren Blunder da nochmal zurückzukommen. Das wäre ein leichtes Spiel. Oder leichtes Spiel wusste ich nicht. Aber jetzt ist Ruhe auf jeden Fall Favorit in der zweiten Partie. Und gucken wir mal, wie es denn kam. Bau nach D4. Es werden ja mal zwei Partien gespielt. Wenn es dann da eins zu eins steht, noch die Inchance-Partie. Bau nach D5. Ruhe bleibt bei seinem Leistenläufer nach G5, sein Lieblingszug. Sprecher nach F6. Zucht, die ich gut finde. Gerade auf dem Niveau hier kein Quatsch machen. Es gibt diese Züge wie Bau nach F6 oder Bau nach H6, wo das kompliziert wird. Aber einfach den Sprecher raus. Der Abtausch gegen den Läufer ist nicht wirklich zu fürchten. So geschieht es gleich in der Partie. Ist eine sehr, sehr solide Variante. Ruhe spielt Sprecher nach C3. Ja, kann man machen. Meistens dann mit der Intention hier, Dame nach D2, Bau nach F3, Bau nach E4 und attackieren. Und mal nur das Spiel zum Springer nach C6. Das habe ich jetzt häufiger gesehen bei Zugzwang. Gerade in D4-Stellungen ist die Faustregel. Gilt auch ein bisschen für Springer nach C3. Aber insbesondere für Schwarz nicht diesen Springer nach C6 stellen. Es verstellt den C-Bauern, der deshalb nicht mehr genutzt werden kann, um entweder das Zentrum anzugreifen mit Bau nach C5 oder auch das Zentrum zu verstärken mit. Bau nach C6. Und der Springer auf C6 leistet nicht so viel. Das Feld hier ist überdeckt. Der ist überdeckt. Springer kann da gefesselt werden. Also ich weiß, dass das ein vollkommen normaler Zug ist, nach den Regeln, die man so am Anfang lernt. Springer raus, ums Zentrum kämpfen, dies, das, jenes. Aber in diesem Fall, gerade in diesen D4-Stellungen, ist es häufig keine so gute Idee. Also, wenn es geht, den Springer nicht so früh hinstellen. Theoriezüge, wenn man aggressiv spielen will, ist Bau nach C5. Das mache ich meistens, um mir gleich das Zentrum unter Druck zu setzen. Aber man könnte auch zum Beispiel versuchen, den Läufer hier raus zu bringen und dann zu sehen, wie wir das hier drüben händeln mit dem Springer später. Also natürlich kein grober Fehler, aber ein Muster, das ich jetzt häufiger gesehen habe, dass auch in D4-Stellungen immer dazu geneigt wird, Springer nach C3 und Springer nach C6 zu spielen. Was häufig nicht die Idee ist, bei D4, D5. Will weiß ja meistens um dieses Zentrum kämpfen und Schwarz ist irgendwie unterstützen können. Also Springer nach C6. Kein grober Fehler, aber würde ich für die Zukunft abstellen als Default auf jeden Fall. Bau nach E3, Lauf nach F5, das ist alles in Ordnung. Figuren gehen raus, Lauf nach B5, Bau nach A6, wo es schlägt, auch logisch, nachdem er hier A gesagt hat. Muss auch B sagen. Dieser Trade, Läufer gegen Springer und die Bauern werden verdoppelt. Kann man immer darüber streiten, wen das bevorteilt. Ich glaube, er ist relativ neutral, der Läufer. Bisschen besser als der Springer da für den Doppelbauern. Also ist schon alles okay. Läufer schlägt F6, gibt auch den nächsten Läufer her wieder. Derselbe Deal. E schlägt, eine G-Stelle F6 kam. Kann man darüber streiten. Beide Züge sind, glaube ich, vertretbar. G-Stelle F6 hat den Vorteil. Es stärkt das Zentrum. E-Stelle F6 hat den Vorteil. Der Läufer kann schnell raus und der König ist hier sicherer. Aber ich habe auch nichts gegen G-Stelle F6. Spann nach F3, Bau nach E6. Kurz nach gerade. Dame raus. Dame raus hätte ich hier noch nicht gemacht. Ich weiß nicht genau, was ich gemacht hätte. Der Läufer D6 vielleicht. Aber nach wie vor alles okay. Züge. Spann nach E2 und Maluna zeigt die Idee von Dame nach D6. Sie möchte im Zentrum weiter Raum gewinnen und hat es mit der Dame vorbereitet. Auch ein logischer Plan. Ich bin nicht ganz sicher, ob es gut ist. Also das hier alles durch die Großmeisterbrille, weil es dieses Feld ein bisschen schwächt und die beiden weißen Springer dieses Feld ja ansteuern können. Und dadurch, dass hier der Doppelbauer ist, kann man das Feld nicht mehr mit dem Bauern überdecken. Deshalb hätte ich Bedenken gehabt bei E5. Aber es ist ein sehr, sehr spezieller Case. Aber dadurch, dass Maluna so gut spielt, müssen wir jetzt halt auch kleinere Sachen kritisieren. Hier, wie Springer nach C6, und so viel Pauna E5, die nun wirklich absolut kein Drama sind. Spann nach G3. Gut gespielt von Roos. Maluna spielt Läufer nach E4. Gefällt mir auch nicht so, weil nach diesem Abtausch der schöne Läufer, der dieses Feld wenigstens noch bewachen könnte, hier weg wäre. Also ich glaube, ich hätte hier den Läufer nach G6 oder E6 gestellt. Läufer nach E4, Bau nach C3. Roos stärkt das Zentrum. E schlägt D. Dann gibt Schwarz eigentlich diese Zentrums leichte Übermacht, Raumüberlegenheit, die sie hatte, auf und öffnet die Stange, weil der König hier noch in der Mitte ist. Also danach würde Roos hier mit dem Springer schlagen. Wäre schon sehr am Drücker, wegen der Schwächen rund um den schwarzen König. Nach Läufer E4 ist die Stange allgemein nicht mehr so leicht. Ich hätte hier immer noch dazu tendiert, diesen Läufer zu behalten. E schlägt D. Der Abtausch hier nicht so gut. Roos schlägt mit der Dame. Springer schlägt wäre besser gewesen, weil jetzt hätte Maluna noch die Chance gehabt, den Läufer wenigstens hier für den Springer loszuwerden und dem weißen König etwas zu schwächen. Aber sie entwickelt den nächsten Läufer mit Läufer nach H6. Und das gibt Roos erneut die Möglichkeit, hier abzutauschen. Aber er will nicht tauschen, obwohl es ihm einen Meerbauern gebracht hätte. Und die schwarze Bauernstellung auch nicht so schön ist. Das hier ist die klassische, ich kann nicht zählen, 6-Isolani-Situation, wo schwarz 6 Bauern hat, die sich aber nicht gegenseitig decken können. Keiner von denen kann einen anderen Bauern decken. Und dann sind das natürlich Schwächen. Hier hätte Weiß sehr, sehr gut gestanden. Aber Roos spielt es aggressiver. Springer nach H5 versucht auf diesen Bauern zu gehen. Läufer schlägt F3 und setzt jetzt seinen Plan in die Tat um. Sehr logischer zu. Der Springer schlägt mit Schacht den Bauern. Aber es ist überraschenderweise ein grober Fehler. Richtig wäre hier gewesen, kleinlicher zurückzuschlagen. Und die Partie geht irgendwie weiter. Keine Ahnung, schwarz hochiert lang oder so. Weiß steht ein bisschen besser. Auch noch alles offen. Das ist natürlich verlockend, unseren Bauern mit Schacht zu schlagen. Er ist von der Dame gedeckt. Das Problem ist nur, der schwarze König weicht dem Schacht aus und kontert. Auf einmal ist der König eine Angriffsfigur, der diesen Springer angreift. Und Roos hat bei dieser Operation überraschend jetzt keinen Bauern gewonnen, sondern eine Figur verloren. Denn er müsste auch noch diesen Läufer schlagen. Aber wenn er das tun würde, dann würde sein Springer weggenommen werden. Und Maluna hätte eine Figur mehr. Also hier ein bisschen Pech in der Stellung für Roos. Hat er in der ersten Partie auch genug Glück in der Stellung, aber dass er hier nach dem logischen Schlagen auf einmal schlecht steht. Und wie so häufig ist, ein Fehler kommt selten allein. Er nimmt den Läufer jetzt nicht weg, sondern lässt ihn am Leben spielen. Braucht nach G3. Aber das rettet den Springer auch nicht. Und nach Dame steht F6. Hat Maluna zwei Läufer mehr. Und das ist schon eine Menge Holz. Was soll ich sagen? Sie verwertet das Souverän. Es wird hier nicht mehr spannend. Roos hätte vielleicht hier ein bisschen warten sollen noch und gucken, ob Maluna es schafft, durchzubrechen. A mit zwei Läufern mehr. Wäre das langfristig kein großes Problem gewesen. Der Turm greift hier an, schafft die Schwäche dann bei Bedarf. Kann schwarz die Stellung eröffnen mit Bau nach C5 oder Bau nach D4. Also das Läuferpaar hätte es hier schon geregelt. Aber wenn man hier mit weißen Bauern vorzieht, dann hinterlässt es halt noch mehr Schwächen. Turm nach D1 übersieht, dass dieser Turm hier mit Schach schlagen kann. Schon war eh nicht mehr zu retten. König nach A3. Maluna vollstreckt. Eiskalt. Läufer F5 Schach. Bau nach G4. Läufer schlägt. Kürch G3. Nimm noch den Turm mit. Läufer schlägt D1. Sie hätte ja auch direkt matt setzen können. Mit Läufer F5. Kürch F3. Läufer E4 matt. Aber es spricht nichts dagegen. Gerade wenn man sich nicht sicher ist. Erstmal noch mehr Material zu schlagen. Schlägt. Und jetzt findet sie diese Idee. Setzt Schach matt. Also Maluna mit sehr, sehr starkem Finish. War hier unter Druck. Dürfen wir nicht vergessen. Aus der Eröffnung. Hier in dieser Phase hatte sie ein bisschen den Faden verloren. Russel hat sie überspielt. Aber dann nach Sprengstelle F6. Der fatale Fehler. König E7. war auf einmal schwarz. In der Vorhand. Und Maluna spielte das sowas von sauber zu Ende. Also wieder eine starke Leistung. Und damit steht es 1 zu 1 unentschieden. Und es ging ins berühmt-berüchtigte Armageddon. 5 Minuten pro Partie. Keine Zeitgutschrift. Maluna zieht die schwarzen Steine. Sorry, ich habe ja schon ein paar Züge gemacht. Das bedeutet, Russel muss gewinnen. 5 Minuten Zeit. Russel hat ja mehr Blitzschacherfahrung. Deshalb liegen ihm diese kurzen Formate normalerweise. Aber wir gucken, wie es sich entwickelt. Wie gesagt, hier sehr wenig Zeit. Also wir müssen nicht jeden Zug auf die Goldwaage legen. Sprengstelle 6, habe ich schon gesagt. Gefällt mir diese Störung nicht so. Besser hier das Zentrum zu stärken. Und dann sehe ich so nach dem Schema. Bau nach F5. Bau nach G6. Läufe nach D6. Kurz hochrade. Sprenger raus. Sprenger F6 hinzustellen. Das stellt die Figuren ein bisschen besser. Sprenger C6. Sprenger F3. Läufe nach B4. Alles okay soweit. Figuren gehen raus. Läufe nach G6 gefällt mir auch gut. Tauschen nicht selber ab. In diesem Fall ist das mit Idee, denn wenn man weiß hier schlagen würde, vielleicht ein bisschen überraschend, würde der H-Bauer zurückschlagen. Obwohl schwarz eigentlich zwei Doppelbauern hat. Wichtiger ist hier, dass diese Bauern alle Richtung Zentrum gucken und einen sehr kompakten Block bilden, der nicht angegriffen werden kann. Also ein bisschen überraschend. Vielleicht würde man auf den ersten Blick denken, hier schlagen wir doch mit dem F-Bauern. Aber in der Situation wäre H-Bauer und schlagen deutlich besser, um den Turm zu befreien. Und die schwarze Struktur würde sich dadurch verbessern. Was auch ein bisschen daran liegt, dass ein H-Bauer hier immer nur ein Feld kontrolliert. Nämlich dieses. Aber hier, wenn er zum G-Bauern wird, jetzt kontrolliert er auf einmal zwei Felder. Also obwohl er damit zum Doppelbauern wird, gewinnt er mehr Möglichkeiten. Relativ typisches Thema. So, Roos verliert jetzt ein bisschen Zeit hier. Ziehen wir den Läufer nach B5. Bau nach A3. Maluna schlägt. Bietet den Abtausch hier an. Ich hätte den Abtausch hier, glaube ich, nicht provozieren wollen, sondern den Springer behalten. Ah, es ist wie immer situativ. Und Roos will nicht tauschen. Kann sie in den Scheiben. Geht wieder zurück. Laufen nach D3. Donner E8. Jetzt, so können wir Roos, kommt sein H-Bauer. H-Bauer. Und dieser Vormarsch wird gleich belohnt. Maluna hätte ihn stoppen können, zum Beispiel, wenn sie den Läufer hier in den Weg stellt. Aber sie spielt Bauern nach F5. Und damit mauert sie ihren eigenen Läufer ein. Dadurch, dass der H-Bauer hier ja schon auf dem Weg war, ist das ein verhängnisvoller Moment. Denn jetzt hat der Läufer auf einmal kein Feld mehr. Und was vielleicht noch schlimmer war, nachdem, bisher waren beide ungefähr gleich schnell. Also es war nicht so, dass Roos hier die ganze Partie schnell gespielt hat. Aber durch den, durch das Problem, was jetzt entstanden ist, musste mal Luna auch sehr, sehr lange nachdenken, um hier eine Gegenchance zu finden. Oder sie hat sehr lange nachgedacht. Und unter den schwierigen Umständen einen guten Zug gemacht. Bauna F4 kontert hier gegen diesen Bauern. Er sollte Roos nicht davon abhalten, hier zu schlagen. Aber ich habe ihn danach gefragt, er hat ein bisschen Angst vor diesem F schlägt E3 mit dem König in der Mitte. Wobei, objektiv weiß hier mit Figur mehr, schon sehr in der Vorhand wäre. F schlägt E3. Ist nur ein Schach. König geht weg. Und die Mehrfigur sollte sich durchsetzen. Trotzdem, unter den Umständen, guter Konter von Maluna. Und Roos pariert das hier mit Dame nach D2. Lässt damit aber den Läufer am Leben. Laufender E4. Ich hätte wahrscheinlich geschlagen, aber Laufender E4 rette ihn auch. Ist alles in Ordnung. Roos, wir wissen, er hat seine Präferenzen. Der Bauer soll nach H6 gehen. Und hier ein Matt auf G7 unterstützen. Und Bauer nach G6 gespielt. Richtiger in der Situation. Schlägt, schlägt, springer nach E5. F schlägt E3. Schwarz hätte auch gleich schlagen können. Schwarz steht hier besser, springer nach E5. Kein guter Zug. Doch wahrscheinlich hätte der Springer kleinlich nach Hause gehen müssen. Denn hier das Feld kontrolliert, schwarz. Aber Roos hat andere Pläne. Und wir werden gleich sehen, dass er seine Chance kriegen wird. Springer schlägt E5, D schlägt E5. Ich hätte hier mit schwarz die Damen getauscht. Weil mir dieses Mattfeld immer ein bisschen Sorgen macht. Und wenn man hier die Damen tauscht. Maluna hatte ja auch noch Zeit. Nicht mehr so viel, aber sie hatte hier noch Zeit in der Phase. Und dann den Bauern schlägt. Dann ist dieser Bauer nicht mehr so gefährlich. Der schwarze König. Kann die Reise ins Zentrum antreten. Schwarz hat den Bauern mehr. Und ja, würde deutlich besser stehen. Natürlich wenig Zeit und so weiter und so fort. Aber das wäre, glaube ich, die einfachere Entscheidung gewesen. Maluna schlägt den Bauern. Das ist kein Fehler. Und hat hier nochmal die Chance, die Damen zu tauschen. Bauern nach C4. Bauern nach B5. Lässt die Damen auf dem Brett. Und das gibt Bruce wieder ein bisschen Hoffnung. Denn jetzt. Und darauf ist er natürlich eingestellt. Denn deshalb hat er den Bauern eingestellt, um ihn mal zu setzen. Kann er mit der Dame auf diese Mattdiagonale. Und auf einmal steht der Turm ein bisschen unglücklich. Wenn er weggehen würde. Zack. Schachmatt. Jetzt muss Maluna aufpassen. Und das unter dem Druck der Uhr. Natürlich nochmal extra schwer. Also jetzt ist er sich das Leben ein bisschen unnötig schwer gemacht. Eben sie auf den Damentausch verzichtet. Wie gesagt. Er spielt seit vier Wochen Schach. Das ist ein unglaublich hohes Niveau. Dafür, wie kurz sie erst dabei ist. Ich habe nicht so gespielt nach vier Wochen Schach. Dame nach C3. Dame nach E8. Sieht auch hier die Drohung. Dass sie den Turm nicht wegziehen kann. Bauern nach C5. Turm nach D8. Alles in Ordnung. Turm nach D1. Schlägt, schlägt auch. Alles in Ordnung. Turm nach F1. Und jetzt. Fängt Maluna an, den Faden hier zu verlieren. Gibt dieses Schachgebot. Was noch kein grober Fehler ist. Aber nichts bringt. Und die Dame musste halt auf den Turm hier aufpassen. Wenn man auch nicht wegziehen darf. Deshalb meine ich. Es ist halt schwer zu spielen, diese Stellung. Auch wenn objektiv schwarz hier auch noch gut steht. Zum Beispiel Schach. Den Bauern schlagen. Wieder den Damentausch anbieten. Dame verteidigt weiter den Turm. Wäre nach wie vor alles gut. Aber das ist nicht leicht zu spielen. Dame G4. Schach. Kürt C1. Jetzt hätte sie unverrichteter Dinge. zurückkehren sollen. Die Dame wird hier gebraucht in der Verteidigung. Sie geht schlafen zum Angriff über. Mit Dame nach E2. Aber das hat Nachteile. Zum einen den Zug, den Ruth spielt. Dame schlicht E5. Ruth ist hier schon sehr fokussiert auf sein Matt. Noch brutaler wäre Turm nach E1 gewesen. Turm weicht aus. Greift die Dame an. Die Dame hat er den Turm hier im Blick. Es hätte hier schon großen Vorteil. Zum Beispiel so. Und es wäre schwer geworden. Also dieses Damenmanöver. In der Situation falsch. Hier war es wichtiger. Erstmal den König in Sicherheit zu bringen. Kein Angriffe auf 6. König auf 7. Oder versuchen, diese Dame abzutauschen. Wie gesagt. Dame schlicht E5 gespielt. Dame schlicht E1. König B2. Und jetzt Waluna unter Druck. Auf der Uhr unter Druck. Ist Rothschach Matt hier. Ist Rothschach Matt hier. Ich dachte ehrlich gesagt, das ist schon. Aber sie findet den einzigen Zug. So ein bisschen. Klar, weil sich die Bilder gleichen mit der Partie davor. König in der F8. Der König soll in die Mitte laufen. Und bleibt damit im Spiel. Bruce gibt Schach. Objektiven Fehler. Weiß hätte hier schlagen sollen. Um den Zehbau noch zu kriegen. Aber natürlich sehr, sehr logisch. Und Bruce war jetzt auf der Uhr. Deutlich vorne. Ist halt Armageddon. Die Zeit spielt mit. Und Maluna musste vorher auch viele Probleme lösen. Was sich dann auf der Uhr eben gezeigt hat. So. Weiß gibt Schachs. Maluna versucht hier zu kontern. Aber sie hatte hier noch ungefähr 19 Sekunden. Was natürlich nicht viel ist. Und unter dem Druck der Uhr. Hier sieht sie jetzt auch, dass die Dame angegriffen ist. Damenrückzüge waren ja auch häufig übersehen. Aber es hätte wahrscheinlich eh nicht gereicht. Wenn sie hier getauscht hätte. Weil die Zeit eben knapp war. Kann man unfair finden. Für mich gehört es dazu. Zeit ist ja häufig auch ein Indikator davor. Wer vorher mehr Probleme lösen musste. Objektiv ist das Bordenspiel wahrscheinlich ausgeglichen. Ich glaube, jeder sagt Ausgleich. Balken in der Mitte. Aber sie zieht mit dem König weg. Dadurch wird die Dame geschlagen. Und den Rest verwertet. Roos mit leichter Hand. Ist ja ein sehr erfahrener Blitzspieler. Holte hier noch eine Dame. Da ging nichts mehr. Obwohl Maluna auch sehr, sehr viele Züge macht. Muss man auch sagen. Sieht man auch, dass sie schon viel Blitz gespielt hat. Das bedeutet, Roos gewinnt. Das bedeutet, Roos gewinnt. Aber wir sind noch nicht ganz normal. Hier ist Matt. Roos gewinnt dieses Match und zieht ins Finale ein. Ich glaube, man kann sagen, Maluna, die Siegerin der Herzen hier riesig gespielt hat in beiden Partien. Mit den 10 Minuten ja auf Gewinn stand. In dieser Partie war es die Meistzeit auf Augenhöhe. Hatte zwischendurch auch Vorteile. Aber hat sich Roos' Erfahrung und Zähigkeit dann doch durchgesetzt. Auch die Schnelligkeit, dass er halt sehr, sehr viel Bullet und Blitz gespielt hat. Aber nochmal, wir müssen vor Malunas Leistung sowas von unseren Hut ziehen. Oder ich muss es. Ein Monat gespielt und dann auf dem Niveau zu sein, habe ich wirklich selten gesehen. Und man konnte hier eben Progress auch nachverfolgen. Wir haben die Partien gegen Materia gesehen am Anfang. Und auch danach hat super viel Zeit. in Schach investiert. Und dann kann man auch in der Zeit schnelle Fortschritte machen. Ich bin wirklich sehr, sehr beeindruckt von der Leistung. Und ich hoffe, Maluna bleibt dem Schach erhalten. Ich habe hier gehört, oder ich habe es nicht gesehen, aber auch ein, zwei Kommentare gelesen, die meinten, das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Das ging mit rechten Dingen zu. Sehr einfach, wahnsinnig viel gearbeitet und sich schnell verbessert. Und dann da gleich wieder Foulplay zu sehen, vielleicht auch eine sehr, sehr merkwürdige Eigenschaft. Also lasst das bitte sein. Das war alles sauber. Das werde ich schon erkennen. Das war das Halbfinale. Roos zieht ins Finale ein. Und das sehen wir heute, wenn ihr dieses Video noch rechtzeitig guckt. Auf Rocket Beans. Bis dahin. Bis dahin.